Also ich glaube irgendwie, festhalten ist nicht Ezios Stärke, habe ich das Gefühl. So. Ezio, hier rüber springen. Danke. Ja, toll. Jetzt bin ich da und das... Komme ich da rüber? In der Tat. Ja, toll. Oh. Hallo? Vorwärts, nicht rückwärts. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Zielen und hopp. 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 Hier rüber, hier rüber, hier und da und hier hoch. Und jetzt hier rüber. Boah, das war knapp. Mensch, Ezio. Eins, zwei und drei. Ja, ja, den Assassin-Suckerfuck finden, bla bla bla. Oh Gott, wie war denn das jetzt? Hier rüber? Hier entlang. Hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Da und hier. Dann hier hin. Glaube ich zumindest, ich habe den Weg echt nicht mehr im Kopf. So richtig. Laut Kamera muss ich hier hoch. Das ist mir recht. Wenn mich dich da jetzt täuscht, gibt es hier oben Schatzdrohnen. Und mal gucken. Eventuell kann ich die mitnehmen. Vorausgesetzt, ich komme da hoch. Ja, hier schon mal nicht. Das soll doch jetzt echt ein Scherz sein. Immerhin muss ich nicht den ganzen Weg zurück. Wo ist die scheiß Leiter? Boah, ich kriege einen Vogel. Weil es gibt auch irgendwie einen Weg nach oben. Zum Klettern. Und da kommt man an Schatztron ran. Oder ich verwechsel das mit Assassin's Creed. Was war es? Brotherhood? Oder Revelations? Ne, Revelations war es nicht. Brotherhood müsste es gewesen sein. Ich habe nicht mal springen gedrückt. Was soll denn der Scheiß? Jetzt komm schon. Ich will Florenz hinter mich bringen. Hier, Reber. Kletter hoch. Da, Reber. Da, Reber. Ich muss mich beeilen, weil ich weiß nicht mehr, wie viel die Truhe fasst in Mandarijani. Oder die Johnny. Und ich sollte auch so langsam mal Geld abheben gehen. Damit die Truhe wieder einen guten Betrag fassen kann. Ich muss hier hochkommen. Weil da geht es nicht. Von da kam ich ja. Die Gro... Äh, der Leuchter, der bringt mir... Hilft mir auch nicht weiter. Ich habe eine Idee. Ach komm, ernsthaft. Ich will nicht runterfliegen. Checkpoint erreicht. Würde ich auch schwer hoffen. Gab es hier Drohnen? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Bei so einem Kickerlitzchen... Äh, Quatsch. Bei so einem Scheiß springt er auf einmal. Aber bei anderen... solchen... Momenten... Da traut er sich nicht mal zu springen. So... Jawohl, ja. Sehr schön. Perfekt. Sehr schön. Hier drauf. Hier. Hier. Und die Leiter hoch. Jetzt bin ich fast an der Kuppel. Etio, mach kein Flax. Tode Sprung! Oder auch nicht. Boah, Gott sei Dank. So, welche Assassine? Ein Apfel. Ne, Fiole, Gift. Wer war denn das? Ne, nicht Kleopatra. Wie war es mit mehr Florin? Wie war es mit mehr Florin? Siegel von Il-Tani. Okay. Ach, das Fenster. Okay. Das Geheimnis des Duomo. Synchronisiert. Das Geheimnis des Duomo. 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 Ui, und ganz oben Komm, dann nehme ich doch die Rahmenfeder mit Oder Adlerfeder, was auch immer Jawohl, jawohl, perfekt So, wo gibt's jetzt Oh Gott Das überlebt doch kein normaler Mensch Aber wir haben's immerhin hinter uns Die Schatzthronen lasse ich Schatzthronen sein Ich hab keinen Bock mehr auf Lorenz Schlägereien, Auftragsmorde Nö, die mach ich vielleicht nur Offscreen, wenn ich Not am Geld hab Dann werde ich erstmal nach Montarigiani Zurückkehren, ich glaub da müssen wir auch Sogar hin Nach Montarigiani Oder wir müssen nach San Gimignano Ballen wieder Ja doch, Montarigiani Ach, jetzt bin ich hier wieder Och, leck mich Ich will doch nur ganz normal den Ausgang nehmen Um hier wegzukommen Sei ruhig Quacksalber Das darf doch nicht wahr sein So Muss halt so wieder nach Norden Boah, ich kann kotzen Und das in mindestens 200 Meter Strahl Weißt du, da lauf ich schon dran vorbei Und Das Tor wird mir nicht mal angezeigt Reisen in der Karawane Ja, ja, ja So So Hüratblötze Ich geh's mir nach rechts Oder Halt Nein, ich muss nach links Montarigiani Los Plätze Ja, ja, ja Ja, 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 ja Wir haben schon Respekt bekundet Also kann ich nicht schon wieder hier Respekt bekunden Gibt auch kein Geld mehr Willa Auditore Mal gucken Ja, hier wird's angezeigt, die Grüfe Oh, halt erstmal die Schatztruhe leeren Und dann mal gucken, was ich weiter ausbauen kann Buongiorno Salute, Saezio Sollen wir uns die Liste anschauen? So Kunsthändler Bank ist ja voll Schmied Bordell Und die Minen Ja, doch, komm Erstmal das Bordell Dann Och, komm schon Die Kirche Ernsthaft Ich konnte doch mehr bauen Das weiß ich Buongiorno Salute, Saezio Sollen wir uns die Liste anschauen? Also mehr auf einen Schlag Minen 4.000 Militär 3 Komm Komm Gibt's noch einen 3.000er? Der Arzt Aber die Minen Der Brunnen Nee Der Schmied Der Schmied Der kostet 7.000 Dann 12.000 Der Kunsthändler Kostet 5.000 Nee, kommt Der Arzt So Perfekt Da können wir auch schon So ein kleines bisschen Auf Schatzjagd gehen Zurück Dann muss ich noch die Federn abgeben In der Hoffnung, dass jetzt nicht Das Spiel abschmiert Wie beim letzten Male Und 4 von 100, oder? So wie es aussieht, ja Nee, 5 von 100 Dann wollen wir mal Komm rein, komm rein Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern Ich suche nach Jacopo de Pazzi Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe Eine Liste der Mitverschwörer Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt Exzellent Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo Dann sind sie auch leichter zu finden Ich setze sofort meine Späher darauf an Ich danke euch für die Hilfe, Onkel Und ich habe noch etwas für euch Weitere Kodex-Seiten Ah, mal sehen, was wir lernen können Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis Der Text grob übersetzt bedeutet Nur der Prophet kann sie öffnen Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe Jedenfalls nicht alleine Du musst noch mehr finden Dann müssen wir abwarten, Onkel Ich habe eine Mission zu erledigen Wie du willst Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst Muss ich dir aber noch etwas beibringen Triff mich auf dem Übungsfeld Ausweichmanöver Mario auf dem Übungsfeld treffen, um zu trainieren Na gut, Ezio Du beherrschst Konterangriffe Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl Dann bitte, Maestro Bringt mir bei, was ich tun muss Ausweichen! Filio di Troia Genießt die Fahrt in die Hölle Bene, bene Jetzt noch einmal Viel besser Ein letztes Mal noch Bravo Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt kriege ich das ganze Zeug beigebracht Das war nicht richtig Jetzt aber Komm schon Jetzt komm schon Nur noch einmal Sag den Männern Keiner rührt sich Bis sie mit Ezio gesprochen haben Verstanden? So sei es Geh Ezio Besuche meine Söldner im Hinterland Schau, ob Jakobus Lakaien dich zu ihm führen Aber sei vorsichtig Sie erwarten dich sicher Ausweichmanöver Synchronisiert Ausweichschritt erlernt Ernsthaft Entwaffnung erlernt Ernsthaft Nun gut Reparieren Okay, ich kann mir nichts leisten Ich bin eine arme Sau Florentinisches Marchus Wäre vielleicht nicht schlecht Oder Offiziersschwert Das wäre auch nicht schlecht Gelehrte Ochsenzunge Wäre auch nicht schlecht Ja Ja, ja Nun gut Würde ich aber sagen War es das erstmal Beim nächsten Mal Besuchen wir das Hinterland Und mal schauen Was wir uns sonst noch so angehen werden Auf jeden Fall Werden wir die Villa noch weiter herrichten Und die Umgebung Damit wir an Reichtum kommen Und wir sagen War es das von meiner Seite aus hier Ich hoffe, dass Let's Bar und die Aufnahmesession Haben euch soweit bisher gefallen Falls ihr ja bitte abonnieren Kommt ihr gut bewerten Würde uns freuen Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession Von Assassin's Creed 2 Mit mir, der Malka von Online Game Masters Ich wünsche euch alles Gute Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann BJ Untertitelung. BR 2018